Herzlich Willkommen zu einem neuen Video mit Broker Finmax und meinem großen Konto. Ich halte 60 Sekunden bis 2 Minuten und mein Start-Trade beträgt hier 2000 Euro. Ich mache wie immer zwischen 2 und 5 Trades. Zunächst suche ich mir einen Trade, den Metatrader 5, nach meinen Einstiegskriterien. Sollte ich mir einen Rücken. Sollte ich die Schmerzen. Sollte ich mir einen Rücken. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Nochmal. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Aber Achtung, wir nehmen nicht jeden, da wir ausschließlich Erfolgsgeschichten schreiben wollen. Darüber hinaus solltest du bereit sein, Zeit und Geld zu investieren und über das richtige Mindset verfügen. Den letzten Trade habe ich auch gewinne, den letzten Trade habe ich auch gewonnen. Perfekt. Perfekt.